ja hallo erstmal wieder herzlich willkommen auf meinem kanal ich bin die kenner und ganz alleine sind wir jetzt hier meditieren geht nicht ist nicht okay sind auf dem weg zum berg schreien hier ist auch nichts weiter zu machen ja wir sind unsere rottis los die sind leider nicht mehr da so also nämlich mal anders wird langsam jetzt hier so zum finale kommen oh gott ich bin gespannt das ist schon wieder so ein geist der welt und die fähigkeiten haben wir trotzdem unser upgrade berg schreien ja auch man hat sich so an die kleinen gefährten gewöhnt jetzt die geiste gehen hier okay jetzt geißer als unterstützung dafür erschöpfen oh man ganz alleine in der weiten weiten welt oh da war ein geist so Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so friedlich bleibt, wie es jetzt ist. Ne, guck mal, da ist eine Arena. Oh, oh. Ich möchte meine Roddies wieder haben. Jetzt müssen wir uns ohne Roddies verteidigen. Ob das gut geht mit allen Fähigkeiten, die wir haben. Oh, Mann. Das kann eine längere Geschichte werden, weil wir bestimmt mehrmals sterben werden. Weil ich glaube nicht, dass wir uns irgendwie heilen können. Ah, so. Oh, können wir zurück? Ne, ne, ne. Daumen drücken. Da ist er. Wer bist du? Verdorbener Rod. Okay. Äh, da können wir, äh, da können wir nichts machen. Oh, oh. Oh, oh. Äh. Macht doch kein Schaden. Aua. Wo müssen wir hinschießen? Da oben anhältst du da? Ne, nö. Oh, da haben wir gerade irgendwo erwischt. Okay. Wurde. Aua. Ahle. 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 Ich und Laufen. Wo müssen wir hinschießen? Aufm Kopf? Was? Haben wir irgendwas erwischt? Was müssen wir denn jetzt treffen, bitteschön? Die roten Punkte hätten wir treffen müssen, oder? Haben wir ja! Ok. Kommen wir gleich wieder neue. Wir haben keine Speziale anzuwählen. Die roten Punkte geht nicht einfach. Fاء die Schäfe aufmachen mit den Schäfne her. Fangen wir, das gleich wieder an zu AR-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Wir sind weg! Die gelben Fieberrückschen nutzen ich erst mal nix. Ein verdorbener Rott. Guck mal, Radar haben wir auch nicht sich gerade. Na klar. Aua. Ah, ich fühle mir die einen... ...sупer. Eh. Ah, ich fühle mich die einen... Ist eher der verdorbene Hort oder was? Ehrlich? Aua! Oh oh! Aua! Du spinnst wohl! Du und deine Kelle! Aua! Du spinnst wohl! Ich habe einen Konkabschuss in der Besse, ne? Die Gegner ist doof, die Gegner ist doof. Alter! Alter! Nachs Märchen großer, kennen wir auch irgendwie alle. Das Gelb haben wir auch gekriegt. Alter! Oh! Ich hab fast getroffen. Huuu! Warum kriegen wir kein Leben wieder zurück? Ich hab das schon gehabt. Aua! Ey! Nee, zieh dich dran! Jetzt haben wir ihn! Uuuu! Äh! 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 Okay! Ey! Haben wir uns wieder? Ehrlich? Haben sie wieder? Schön! Huuu! Huuu! Oh meine Kleinen! Wo seid ihr? Huuu! Ach! Haben nur zwei Befreit! Oder wie sei denn raus? Das Leben wird auch nicht weniger. Äh! Nicht mehr! Schade! Oh! Na klar! Ist klar! Ist klar! Ist klar! Ist klar! Aber... Eingriffe sind tot! Oder? Die sind tot! Wir erfolgen! Okay! Hä! Äh! Ach! Falsche Richtung! Falsche Richtung! Oh! 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 Das war natürlich ganz, ganz bitter! So! Halte dich von der Lava-Ferne! Und bald jetzt! Oh! 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 Der mag uns nicht! Der mag uns nicht! Oh! Alter! Wo sollen wir jetzt zu schießen? Da auf dem Beine? Ja! Da! Okay! 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 Ist ja schon gut, mein Freund! Hä! Nee! Falsche Richtung! Nee! Schon richtig! Äh! Färer schnell! Och! Nö! Sind in die falsche Richtung gelaufen! Na gut! Noch mal! Wie jetzt? Von Anfang an noch mal? Ach! Das ist ja! Oh! Ich dachte, der hätte uns da hinten! Ah gut! Ich sag ja, das wird eine längere Geschichte werden! Und ich dachte, wir hätten uns gut durchgecampt! Aber nein! Jetzt müssen wir hier nochmal! So! Jetzt eine Schwachstelle! So! Das wissen wir ja schon! Ja! Ja! So! Ah ja! Ja! Jetzt da oben! Oder warte, 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 warte! Ach! Jetzt kommt der Ten nochmal hier, ne? Genau! Nein! Deinemmll! Ja! 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 Team zwei Mal! particularность Okay, okay, okay. So weit waren wir schon. Genau, jetzt kommt er hier weg. Oh, sofort schleppen wir. Wir werden ja eh aufgefüllt. Komm, rüber aus. Komm. Komm. So nicht, so nicht. Der hat noch so viel. Okay. Hey. Okay, wieder einer weniger. Alter. Ist doch gut, ist doch gut mein Freund. Nene, du bist nicht mein Freund. Okay, Pfeile brauchen wir. Aua. Komm. 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 Okay. Okay, let's go. Puh, ich meine, das ging jetzt alles noch relativ einfach. Aber jetzt, jetzt geht es wieder los. Oh, ich meine, das ging jetzt. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Nicht abschießen. Nicht unbedingt. Okay. Oh, wow. 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 Puh! Ich will doch mal hier durchkommen. Und? Oh, ich kann mal kurz pausieren. Hier könnte ich ja mal einen Schnitt machen. Die Aufnahme aufhören. Ich hoffe, wir müssen nicht, wenn wir jetzt sterben, von vorne anfangen. Der verdorbene Rot... Oh Gott, der ist noch. Zu einem Viertel voll. Wieder ein Viertel. Also, wenn ihr wissen wollt, ob wir es schaffen, im nächsten Durchgang, jetzt, ne? Dann müsst ihr wieder einschalten. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es hier weiter geht. Wir siegen den verdorbenen Rot-Gott. Das wird ja das Finale sein, denke ich mal. Also, bis dann. Ringehauen. Und danke und Like und Abo nicht vergessen. Bis dann, euer Terra. Ciao!